So, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Richtig. Jetzt müssen wir irgendwie wieder da hoch. Du Abhänger, du. Du Abhänger. Ja, danke. Danke. Ich war's nicht. Ja doch, du hast dich aufgehört da ranzuhängen. Ich habe dich aufgehört da ranzuhängen. Ja natürlich, ich will ja selber hochkommen. Ja, das musst du mich auch lassen, weißt du. Lass doch da einfach eine Kiste drauf. Wie denn? Die Kiste wird da runterfallen. Ich glaube nicht, dass Magnetismus auf das Ding wirkt. Egal, das reicht ja. Doch, das funktioniert sogar. Ja, natürlich. Ja, nicht alles ist magnetisch. Warum ist die Kiste gerade aufgegangen? Die war schon auf, weil ich sie schon geöffnet habe. Die sah für mich gerade zu aus, oder ist aufgegangen. Also die hier meinten schon. Ja, genau die. Und die ist übrigens nicht. Ich bin da vorhin schon gestorben. Boah, jetzt alle sterben hier ständig. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, wenn du immer reinrennst, du. Ich kann nichts dagegen tun, weißt du. Einfach mal nicht in die Stachel rennen. Nein, ich brauche erst mal eine Brücke. Nein, ich brauche erst mal eine Brücke. Ja, ich brauche erst mal eine Brücke. Ja, ich brauche erst mal eine Brücke. Ich brauche erst mal eine Brücke. wir haben so einen stau versucht sagt dass keine neuen kommen was ja auch das ist du bist dann so tot spring warte nicht so lang und dann aktiviere den salter dann hört bestimmt alles aus mehr kiel stacheln kommen eh nicht raus anscheinend sehr gut und jetzt holen wir Ich hole mich. Scheiße! Nein! Ein Teppich ohne Lücken. Schau, da kommt was. Ist egal, ich springe in der Luft. Du hast die Eidechse runtergejagt. Aber da ist noch so ein Ding, das konnte ich nicht erreichen. Da müssen wir noch irgendwie hin. Oh Scheiße. Oh Mann, war das knapp. Nein! Schaut die Hilfe von Pontius Pilate. Ach. Wow, ich hab's das hingekriegt, dass nur noch ganz geringe Mengen von dem einen Ding kommen. Oh, LOL! Ernsthaft? Ich bin grad so da hochgekommen. Hast du's? Hol es! Hol es! Was? Das da, hol es! Was war das da? Ja, ah, wie bist du denn da hochgekommen? Hochge... Au! Hochge... Au! Oh, hallo. Was machst du hier? Hast du's? Bin gestorben. Ich bin gestorben. Vor allem hast du... Du schau, als werd ich einfach spawnen, dass das da ran liegt! Hast du's? Alter, schau dir mal die Dinger an! Ich kann's immer noch sehen, als hast du's wohl! Ja, jetzt! Ja, sehr gut! Ich bin so gut! Oh, äh! Danke! Ja, wieder überlebt mich halt! Ja, wieder überlebt mich halt! Was machst du? Was machst du? Danke! Du bist wieder überlebt, aber... Wo bist du? Irgendwo unten! Statt, dass du da drüben rennst, wo das eine Ding jetzt ist! Nein! Ich glaube, hier ist der nicht! Doch, da drüben war so ein aktivierter Ding jetzt, der hab ich hier viel gespawnt! So, ich warte jetzt hier drauf, dass du hier runterkommst! Wie auch immer! Ich weiß nicht, was du getan hast, Mann! Ja, du bist weitergerannt und hast mich hier runterspawnen lassen! Statt, dass du da hinten den anderen aktivierst! Den anderen aktivierst! Schön! Ja, wie geil! Was ist denn das? War da oben! Hast du da eben alles? Hast du da eben alles? Ja! Ja! Ist ja witzig, dass du schon zum nächsten Checkpoint bist, ohne dass wir dort fahren! Oh, warte! Da kann man doch bestimmt runter! Mir fehlt noch was hier unten! Ach, was hier muss runter! Hast du irgendwas da runterschmeißen? Nein, nicht die Plattform! Ich mach es halt so! Ich will diese Plattform hier stellen können! Ich glaub, der ist fast zu groß! Was? Ja, warte! Da passt! Da passt! Da passt! Da passt da rein! Weiter runter damit! Weiter runter! Die Plattform muss noch weiter runter! Ja! Das ist verarscht! Wir kommen doch nicht ran! Welche Plattform? Was laberst du? Die Plattform hier! Ziehst du die weiter runter! Ja! Hast du doch schon gemacht! Stand runter! Komm! Welche Plattform? Die da unter mir! Mach sie weg! Wo bist du? Dann gehst du da rein, verdammt! Aha! Was ist das? Oh, kann er nicht schwimmen? Oh, der arme Gegner! Die Monster verruhigt eine Frage! Es passiert überhaupt nichts! Hätte das? Es klingt, als würde etwas klemmen, oder? Als wäre etwas kaputt! Warum rennst du jetzt eigentlich schon wieder weiter? Beantworte mir die Frage! Was machst du? Was machst du? Du weißt, dass beiden Sachen fehlen und rennst einfach weiter! Es sieht noch eine weitere Aufgabe für den Zauberer aus! Ja, der Volk hat gerade recht! Hier ist eine Zaubereraufgabe für den Zauberer! Ja, ich komm da jetzt nicht rüber, wenn du hier alles stehen lässt, was hier rumliegt! Ich bin ja schon unterwegs zurück, aber wie gesagt... Ich hab gesagt, mach das und du hast es nicht gemacht! Da... Warum soll ich etwas machen, wenn weiter vorne was anderes ist? Hier diese... Komm! Komm und mach diese Plattform runter! Du bist der Magier! Nein, ich mach jetzt das hier! Was ist denn bei dir los? Ja, da unten, schau mal! Ja, da muss man von der anderen Seite hin! Da, wo ich die ganze Zeit zu dir sagte, du sollst gefällig herkommen! Ich muss hier runterspringen! Mach das denn nicht! Das sieht aber aus wie etwas ganz anderes! Vor allem hier runterspringen! Schau mal! Und, wie hoch soll ich schieben? Mach dieses Ding hier weg! Ja, wie denn? Keine Ahnung, mach das! Ich schieb's nach... Du siehst doch mal! Er ist ganz oben! Er schiebt's auf maximale Höhe! Ich schieb's auf maximale Höhe! Ich schieb's auf maximale Höhe! Ich mach das jetzt mit verlangsam! Vielleicht können wir da durch! Na toll! Das ist gar nicht! Das geht ja von rechts! Was willst du denn tun hier bitte? Der Acht hat einen Block da rein! Das blockt das! Gut, dann blockst du das! Dank einer Blase bewegt sich der Block schneller nach hinten als nach vorne! Ich sollte eigentlich sagen, dass es weg macht! Das mein ich ernst! Ja? Ich krieg der da rein geschraubt! Meine Blase! Die Blocken fallen langsam! Mhm, das war so viel besser! Der ist halt runtergekommen! Der ist halt runtergekommen! Jetzt zu fliegen! Okay, warum bleibt der jetzt hängen? Ich hab doch schon vorhin einen reinbekommen! Weil der war größer! Und deswegen kam ich da ohne vorbei! Aber bewegt das ich jetzt nicht mehr! So, wie sieht's mit dem Block los? So, wie sieht's mit dem Block los? Dann bleibt der stehen! Herr André doch ist auch so weit reingegangen, dass das Ding auf einmal durch den Bruch gepostet hat! Ah, mein, ein Neuen! So, auch wenn der zu groß ist! Ich weiß auch, wo ich... Mal schauen, ob der da rein passt! Ja, da ist das Problem, wenn der zu groß ist! Das ist so behindert! Es ist so behindert! Döö, da kommen wir aber dann nicht durch! Doch! So, weiß ich nicht wie viel kleiner der ist, aber du müsst ja was kleiner sein. Wieder hoch! Wieder hoch! Nein! Ich darf dich nicht ganz nur ziehen. Mach! Noch mal! Tief mich einfach nur. Tief den Kasten einfach jetzt gegen mich. Dann bin ich nur. Ja! Ja! Geht's jetzt weiter? Äh... Nö! Ach, das ist das gleiche, was da unten ist. Ah, okay. Bau mal einen Kasten, bitte! Äh, schön! Was denn für ein? So ein? Komm, zeig mir deinen Kasten! Ja! Jetzt hast du auch noch mal einen Gezissmus! Ja, ich muss auch noch mal einen Gezissmus! Boom! Kann ich nicht wechseln. Sieht man nur, dass es ist. So, und jetzt musst du da hochklettern und bitte dieses Magier-Problem lösen. Oder ich mach's für dich. Okay, wo klettern wir hoch? Okay, wo klettern wir hoch? Hier! Nimm dir Soja dazu! Dein Part! Es muss irgendwie verbunden werden, die beiden Kinder! Äh, also das von hier nach da hier oder wie? Hier nach da hier! Genau! Okay! Dann waren alle abgerissen, damit du schön einverkommst! Ich bin so stolz, glaub ich! Hm, oder das nicht so ganz passt! Okay, willst du, dass ich's mach? Ja, ich muss grad überlegen, ob ich's irgendwie noch länger hinkrieg! Du musst den hier abreißen! Diese Ecke muss nämlich an den ganz links ran! Dann sollte es klappen! Hä, wie jetzt? Meinst du so? Und den Runden? Nein, nichts daran! Links! Links! An die Wand! Und da jetzt hoch! Ja, und jetzt verbinde den! Und dann musst du nur aus dem Stöpfel rechts machen! Und dann passt dann alles! Glaubt der für Nektor! Da sieht's stabil aus? Ne! Ah! Gaut gut aus! Versuchen wir's! Achso, man muss ja nochmal drücken! Aha! Ja! Diese Erde wird nicht getan! Ach, Robert! Mit meinem Wasser! Wir legen den ganzen See drauf! Wir legen den ganzen See drauf! Jetzt hätten wir auch links dort locker ran gekonnt, weil dieses Ding dann nach unten gegangen wär! Oh! Mann! Wir hätten es gar nicht mit Wasser machen müssen! Neu! Ja, so weit könnte ich auch nicht denken, dass hier noch so weit hinten irgendwas ist! Was ist hier? Dieses... Ich glaub, du musst den Schalter nochmal umlegen! Warum wolltest du den eigentlich umlegen? Keine Ahnung! Wahrscheinlich braucht man den Schalter nur für das Secret Link! Weil wir haben's ja quasi nur gemacht geschafft, weil wir zu zweit waren! Hätte ich alleine etwas Glück auch noch hinbekommen, irgendwie! Huh! Boah! Sehr gut, llevend! Boah, alter, warum leck der so? Warum leck der so? Ja! Genau! Sprech, der Gegner! Dein Gegner! Dein Gegner! Du kannst ihn nicht! Du kannst ihn nicht! Aha, mein Gegner, wieder rein. Das macht so Sinn, dass ihn das nicht umbringt. Oh Mann, da kommt ja Sabber. Das ist für Sabber. Das ist für Sabber. Ja. Das ist für die Welt. Das grüne Zeug, das hat ich gemacht. Das werde ich also nicht. Ich mache es auch wieder weg. Was, grün? Wird ja gern rüber. Ja, dann komm rüber jetzt. So, und jetzt sind die Richtige. Ah, wir pumpen es von links nach rechts. Na, so geht es. Das heißt, ich. Hier. Oh, okay. Ja, sehr gut. Lass es links, es muss links. Was soll ich links lassen? Wie soll ich denn da jemals hochkommen? Ja, ich glaube immer, bevor ich durchlaufen kann. Ja, warum läufst du denn auch einfach durch? Oh, okay. Oh, okay. Jetzt mal normal machen. Oh, lol. Da wäre ja sogar eine Holzplattform gewesen. Ha, siehste mal. Ah, guck mal. Aber da nicht drauf. Noch weiter hoch. Ja. Da geht es noch weiter hoch. Ja. Ja, ich will auch rüber. Das war's jetzt da. Ja, ich will auch rüber. ja mal da ganz toll Natürlich spaw ich wieder hinten Dennis, das klappt nicht ohne dich Ja, ey, dann mach mir nen Weg Ja, wenn ich nicht zu dir rüberkomme, dann kann ich dir schwer helfen Scheiße, ich bin so Genau, das wird ja jetzt auch ein Ding, aber das wird nicht mitgenommen Ja, ich kann dir halt nicht helfen Hab die schon Danke, ich helfe mir lieber selber Ähm, tschüss